sim toolkit pro für viele nicht mehr wegzudenken klein hat es angefangen wurde immer größer jetzt ist es ein richtig großes ding geworden und mit der zeit bzw mit dem ganz neuen ist es jetzt auch sehr einsteiger freundlich geworden warum das eine gigantische hilfe für euch sein kann und warum ihr dieses programm theoretisch eigentlich in euer pflichtprogramm aufnehmen müsst das zeige ich euch hier im neuen helpdesk video und damit viel spaß und damit hallihallo liebe flugsimulator freunde ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einem neuen helpdesk video auf meinem iFly kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid heute widmen wir uns dem sim toolkit pro tool das ist ein externes programm dass ihr euch gratis runterladen könnt hier auf diesem link ich werde ihn ebenfalls noch mal in der beschreibung unten verlinken und ja wie schon gesagt das ganze ist komplett gratis hat ganz klein angefangen und ist praktisch als große hilfe durch den verschiedenen tool wald oder durch den verschiedenen programm wald in der flugsimulator welt ist das eine sehr große hilfe denn das kombiniert praktisch alles zusammen in einem programm und ihr braucht theoretisch dann nur noch dieses programm benutzen denn das ist verlinkt wiederum mit allen anderen programm wie zum beispiel sim brief oder navigraph oder 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 watzim von daher wird das euch garantiert helfen auch gerade für viele neulinge die jetzt erst so ein bisschen sich rein fuchsen wollen ist dieses programm eine große hilfe gerade wenn man sich das erste mal so ein bisschen damit auseinandersetzt mit sim brief oder eben navigraph et cetera also wenn man sich das ganze angeeignet hat und jetzt eben durch diesen programm weil dadurch klicken muss kann man das ganze umgehen indem man einfach dieses zu hier benutzt und insgesamt wird dieses tool ebenfalls noch eine gigantische hilfe sein gerade wenn man auch so nicht weiß wo man fliegen will et cetera also wirklich wärmste empfehlung von mir komplett umsonst natürlich wie schon gesagt und da würde ich sagen fangen wir am besten auch gleich an ich zeige euch in diesem video wie schon gesagt erst einmal zu grob alle möglichen optionen die ihr habt mit diesem programm und ihr könnt dann selber entscheiden wenn euch da auf jeden fall da noch mehr bedarf an mehr wissen liegt können wir da gerne noch mehr ins detail gehen aber schreibt mir das dann bitte in die kommentare rein damit ich weiß dass ihr da gerne mehr sehen wollt ansonsten auf mein discord channel kommen ebenfalls unten in der beschreibung verlinkt so genug gesappelt dann würde ich sagen fangen wir am besten mal an ihr ladet euch wie schon gesagt hier dieses programm einfach runter und dann wird es als erstes erst mal euch komplett erfragen was ihr denn alles habt für simulationen das habe ich jetzt erst einmal nur so ganz grob für euch hier noch mal in einem kurzen screenshot gezeigt weil wie schon gesagt das habe ich ja selbst schon alles durchgemacht deswegen zeige ich euch das hier doch mal ganz schnell was da auf euch zukommt wie schon gesagt als allererstes fragt euch in so einem kleinen russatz oder wie auch immer was ihr da habt da ist die ja in verschiedenen schritten sechs schritte sind das und dann seht ihr hier unten wird euch als erstes gefragt was für ein sim brief alias ihr habt den gibt ihr einfach ein ich sehe gerade ihr habt das ein bisschen verzogen einen moment ich ziehe es gerade hoch so sieht das ganze aus wie schon gesagt genau als nächstes fragt euch dann eben ob er die flüge wenn ihr fertig seid mit dem fliegen oder beziehungsweise plan erstellt habt darauf kommen wir später noch ob er dann automatisch diesen beenden soll ich würde euch empfehlen lasst es einfach auf also auf aus das müsste nicht anschalten weil es ist immer besser man tut das selber machen man weiß ja nie was noch dazwischen kommt schritt drei nächste sache da fragt euch habt ihr explain und da geht es dann auch schon los für alle die die explain haben die tun ja einmal das häkchen nach rechts schieben beziehungsweise einfach anschalten und dann fragt ihr euch nach der location dann müsst ihr einfach auf bros gehen und dem dann eben sagen wo euer explain sich befindet als nächstes schritt vier kommt dann ebenfalls die nächste frage auf fsx oder prepared auch hier könnt ihr dann sagen ja prepared habe ich oder auch nicht so sieht das ganze aus wenn man manchmal was anklickt ich habe das einmal kurz gezeigt also spielt jetzt auch keine rolle ob das prepared ist oder fsx oder eben auch explain sieht das aus wie hier dann fragt euch erstmal nach dem connection type habt ihr zum beispiel fsu ipc oder habt ihr zb sim connect dann könnt ihr das hier ebenfalls noch gleich angeben dann verlinkt er sich gleich noch mit dazu dann hier eben wie schon gesagt ebenfalls location einfach hier auf find klicken und dann könnt ihr eure location angeben als nächstes fragt er natürlich den flugsimulator das ist ganz einfach hier einfach einmal den schieber nach rechts drehen und dann wie schon gesagt findet er das komplett automatisch das ist ja das tolle beim microsoft flugsimulator was dann natürlich das nächste ist wahrscheinlich werdet ihr fsu ipc da die meisten ja oder viele von euch pack x benutzen deswegen klar hier fsu ipc anklicken und dann ebenfalls auf next gehen dann wie schon gesagt tut er das ganze für euch ja verlinken so als nächstes gehen wir hier drauf und ich zeige euch wie schon gesagt jetzt erstmal hier das dashboard so sieht das ganze aus keine sorge es wird jedes mal praktisch ja wie sagt man jedes mal wenn ihr sim toolkit benutzt könnt ihr eigentlich relativ sicher sein dass das geupdatet wird weil ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wann sim toolkit mal nicht geupdatet wird es ist wirklich irre wie viel updates das bekommt also da könnt ihr auch schon sehen der support ist gigantisch bei diesem programm ich mache ich das jetzt hier mal kurz ein bisschen größer und gucke mal dass das einigermaßen passt so gut also so sieht das ganze aus das ist praktisch der dashboard hier seht ihr schon mal meinen namen das ist wie schon gesagt der name vom sim brief der sollte bei euch dann eben auch hier oben stehen dann habt ihr hier eine kurze übersicht über eure flüge etc hier habt ihr die große karte auf das kommen wir auf jeden fall alles noch gleich zurück scheduled flights da steht eure flüge die ihr vielleicht geplant habt oder vielleicht schon hinter euch habt aber das ist auf jeden fall hier so eine grobe übersicht über das was ihr alles habt oder nicht aber eben momentan sieht das noch so leer aus wie bei mir und genau da würde ich sagen fangen wir einfach mal an mit dem ersten mit der ersten sache nämlich dem settings dann gehen wir einmal auf die settings drauf und hier wird es dann wieder interessant denn moment ich sehe gerade das passt gerade nicht mit dem so denn das erste wichtige ich meine vieles ist selbst erklärend leider gibt es das nur auf englisch also da habt ihr leider keine wahl heid friends das ist was anderes dann small slide car also das meiste erklärt sich von selber ist eigentlich auch nicht wirklich wichtig was ich euch hier noch empfehlen würde wer autos im connect falls das an ist bin ich mir jetzt gar nicht sicher schaltet das aus weil wie schon gesagt sonst startet der automatisch euren simulator wenn ihr hier sagt flug starten ja ich tue es eher nicht gerne machen weil manchmal startet er dann obwohl ich was noch also noch gar nicht fertig bin oder was anderes machen wollte oder wie auch immer also von daher mache ich das lieber selbst ja könnt ihr auf jeden fall selber entscheiden enable landing reports das ist ganz wichtig das muss an sein aber ich denke das ist auch schon bei default an autologin ebenfalls wichtig status bar und so weiter das würde ich alles so lassen wie es ist hier wäre das run to wizard again also das das anfangsszenario was ihr machen wollt könnte man hier jetzt auch nochmal machen aber das wäre hier einfach nur möglich falls ihr was vergessen habt aber theoretisch gar nicht wichtig ist screenshots selectware sdk pay also hier simtoolkit pro monitor new screenshots falls ihr screenshots machen wollt könnt ihr hier einfach dann aussuchen hier msfs zum beispiel könnt ihr dann sagen in welchen ordner das rein soll dann haben wir hier die performance da könnt ihr dann auch hingehen und zum beispiel sagen ich fliege viel mit watsim hier einfach einmal einschalten dann tut sich das tut sich watsim beziehungsweise simtoolkit mit watsim verlinken ganz wichtig ganz hilfreich vor allen dingen gerade wenn ihr viel watsim fliegt live streaming das ist was für mich das habe ich angemacht aber ist für euch natürlich jetzt nicht so wichtig hardware acceleration enabled auch das anmachen start up video würde ich empfehlen aber muss nicht sein ansonsten discord etc da könnt ihr euch einfach so verlinken wettersource also da geht es um die wetter engine beziehungsweise um das wetter was ihr benutzen wollt 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 ihr das wetter vom watsim iwau oder hier zum beispiel auch active skies dabei kann man hier auswählen aber ich würde euch tatsächlich live empfehlen warum das sehen wir später dann habt ihr oben noch explain da klicken wir einmal drauf und dann habt ihr hier wieder einmal die location wo es zu finden ist also falls ihr das am anfang vielleicht vergessen habt könnt ihr das hier nochmal nachtragen dann hier der host etc das wird eigentlich alles automatisch gemacht wichtig ist hier für alle explain fliege einmal hier auf autoscan gehen und dann tut ihr eure komplette szenerie erkennen also da liegt ihr dann praktisch hoch habt ein bisschen geduld das geht eine weile ihr seht schon bei mir hier kam einiges ja zustande viele knotenpunkte sind da noch drin das hat ein bisschen was mit mit orto zu tun der findet dann ein paar andere sachen die ja einfach nur so speziell sind aber theoretisch hier seht ihr schon das sind die flughäfen die werden dann automatisch verlinkt in der in der map praktisch oder in der karte hier auf dem simtool kriegt pro wie soll man sagen manager wichtig ist einfach nur dass ihr das macht weil wie schon gesagt das wird euch nachher sehr hilfreich sein also wärmstens ans herz gelegt von meiner seite aus hier einmal nochmal der flugsimulator connection method wie schon gesagt hier ebenfalls fsu ipc ihr habt das wahrscheinlich jeder drauf ist wahrscheinlich dann eigentlich selbsterklärend ohne required scenery scanning hier ist dasselbe spiel einfach hier einmal auf autoscan gehen und dann wie schon gesagt tut ihr eure komplette szenerie die ihr finden kann wohlgemerkt in den packages ordner leider sind ja nicht alle alle airpods im packages ordner drin also ich habe noch viel mehr aber diese sind eben anders drin diese kommen nicht alle immer in den package ordner deswegen findet er die auch nicht alle komplett und deswegen hat er jetzt auch nur so eine auswahl in anführungszeichen mir hier angezeigt also das ist einfach nur für euch zur info man müsste jetzt vielleicht noch was anderes auswählen aber das würde jetzt zu weit gehen wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht wie so dann gehen wir wie schon gesagt wieder zurück auf unsere große übersicht und da geht es wie schon gesagt los würde ich sagen gehen wir jetzt erst einmal direkt auf flight planning und dann kommen wir hier auf dieses ganz simple fenster auch hier geben wir dann einfach ein ihr seht schon da gibt es einmal die option departure und arrival jetzt tun wir mal fiktiv ein einfach eingeben jetzt sage ich is boom edsb und dann seht ihr schon karlsruhe baden baden und dann sage ich hier einfach mal zum beispiel nach unser letzter flug nach lepa gebe ich hier ein und dann seht ihr hier schon lädt ihr hoch palma de mallorca passt wunderbar so dann seht ihr hier hat er uns schon hier angezeigt 600 nautischer meilen ist das entfernt ungefähr eine stunde 47 flugzeit und dann sagen wir einfach einmal go und dann haben wir hier schon ein aircraft ausgewählt das ist tatsächlich dieses aircraft was ich schon habe dort ja da würde ich sagen gehen wir gleich mal darauf zurück jetzt im moment klicke ich erst mal darauf ihr werdet dann auch noch welche sehen ob ich zeige es euch gleich dann nochmal auf jeden fall hier könnt ihr jetzt auswählen start time zulu november 22 dann hier einmal die zeit momentan aber das ist wie schon gesagt nicht vergessen die zuluzeit also eben eine stunde zurückrechnen quatsch was erzähle ich ist es eine halbe oder je nachdem ja ist egal auf jeden fall die zuluzeit anschaut einfach im internet nach dann flugnummer und call sein also fr die flugnummer und dann eben r in dem moment ist es eine r weil ich habe es eine r ausgewählt kommen wir auch noch gleich zurück jetzt gebe ich mal hier kurz ein damit das call sein dasselbe ist 2 quatsch 854 und hier dasselbe 854 dann hier könnt ihr auswählen kilo oder lbs wie schon gesagt wir sind ja metrisch also kilo dann gehen wir einmal weiter und jetzt passt auf was hier passiert jetzt öffnet er hier das sim brief und theoretisch lädt er das jetzt hoch jetzt müsste ich mich ein kann ich mich einloggen über mein navigraf so eingeloggt und jetzt seht ihr sim brief lädt das hoch ihr müsst euch nicht jedes mal einloggen einfach einmal einloggen gerade wenn es frisch ist und dann hat sich das erledigt und jetzt passt auf was hier passiert jetzt habt ihr hier schon euren sim brief plan direkt vor die nase geknallt also wir fangen an wir haben unseren rhein flug hier oben ebenfalls dasselbe hier dann hier nochmal sämtliche daten hier ist dann die route einmal noch mal schön dargestellt und dann hier wie schon gesagt könnt ihr in groß sehen wovon es losgeht ganz einfach für euch dann hier nochmal falls ihr jetzt das ist jetzt praktisch die route die vorgeschlagen wird das ist unsere startbahn und dann eben hier die start die wir benutzen sollen die sit verzeihung und dann wie schon gesagt wenn jetzt aber ihr euch für eine andere sit entscheiden wollt oder aufgrund von wetter etc. eine andere nehmen müsst dann wie schon gesagt hier einmal draufklicken und jetzt kommt das richtig coole wie ich finde ihr seht hier kriegt ihr angezeigt wohin es geht wenn ihr diese sit praktisch auswählt also ihr seht das in pink das wäre jetzt die str 6p zum beispiel oder die tuplitz 1c und so weiter also das ist richtig cool und dann könnt ihr das ja einfach auswählen einmal draufklicken und dann hat sich das praktisch geändert und dasselbe könnt ihr hier machen auf der arrival da gehen wir hin 24 rechts luni 2p ist unsere arrival da gehen wir mal ein stück zurück hier nochmal hier auf mallorca hin und dann sagen wir hier luni 2p ihr seht aber hier kann ich alle möglichen anflüge auswählen ich gehe mal ein stück zurück dann sieht man es ein bisschen besser also das ist richtig cool gemacht weil eben dann sieht man von wo man kommt und wie man das gerne hätte hier zum beispiel die lori oder so weiter und so fort oder von unten oder 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 da gibt es ja so viele verschiedene stars aber eben wie schon gesagt die sind alle hier aufgelistet und dann seht ihr was eure bevorzugte ist und dann könnt ihr die hier eben wie schon gesagt auswählen richtig cool also von daher ebenfalls sehr empfehlenswert und danach sagt ihr ganz einfach fly now und dann passiert es dann geht es einfach los und euer flug kann beginnen bevor wir das jetzt aber machen würde ich sagen gehen wir nochmal zurück auf myfleet also hier auf die linke seite und dann einfach auf myfleet meine flotte praktisch und dann seht ihr habe ich jetzt hier momentan ein flugzeug ausgewählt dieses flugzeug habe ich mal kurz getestet für euch wenn ihr wenn ich hier drauf klicke seht ihr den momentanen standort dieses flugzeugs also ihr könnt euch praktisch selber eine flotte erstellen und dann je nachdem mit den flugzeugen die ihr dann gerne fliegt könnt ihr dann immer je nachdem euch anzeigen lassen wo sich das flugzeug befindet und von wo ihr das gerne steuern wollt jetzt sehe ich gerade jetzt hat es hier ein kleines also nach wie vor ihr dürft nicht vergessen das ist alles ein ja ein projekt und nach wie vor ist das wie immer nonstop in arbeit aber eben es läuft jetzt schon sehr sehr gut aber trotzdem gibt es natürlich ab und zu mal so kleinere bugs wie zum beispiel zieht der punkt wenn ich hier raus und rein zoome das dauert einfach bis er dann wieder den richtigen punkt hoch legt aber ihr seht schon durch das geblinke das stimmt zumindest der ort also da befindet sich jetzt auf jeden fall dieses flugzeug wenn jetzt ein neues flugzeug kreieren möchte dann hier einfach einmal auf plus gehen und dann könnt ihr hier die registrationsnummer eingeben je nachdem was ihr dann schon wisst wenn jetzt zum beispiel ich will jetzt mal eine easyjet eingeben dann gebe ich ein was gibt es für die easyjet machen wir mal die aus der schweiz dann gehen wir ein hotel bravo und danach golf lima 45 vektor zum beispiel ja wobei wir lassen 46 einfach mal so ist ja spielt jetzt keine große rolle dann sagen wir ok und jetzt kommt ihr hier auf dieses menü und jetzt könnt ihr hier hingehen und sagen airline zum beispiel dann wählt ihr einfach aus easyjet dann seht ihr hier kommt schon easyjet also das heißt easyjet airframe dann können wir auswählen was wollen wir denn für ein airframe haben so die a320 prestige a320 airbus etc wir nehmen den stinknormalen würde ich sagen dann haben wir hier die location da sagen wir jetzt hier zum beispiel weil das ist ein schweizerisches und da machen wir lfsb für basel da soll er sich befinden einmal hier auf ok danach dispatch wie schon gesagt der dispatch vom sim brief das passt und dann sagen wir könnt jetzt könnt ihr jetzt theoretisch hier noch eine eine ja ein bild reinladen wenn ihr das möchtet ansonsten auto image auto select an image dann würde der sich praktisch das selber ziehen aber jetzt für den moment ist das okay sagt einfach auf ok und jetzt seht ihr schon wie schon gesagt jetzt müsst ihr das etwas verziehen ja voila jetzt hat es geklappt und hier ist dann unser anderes flugzeug jetzt habe ich hier das zweite seht ihr und jetzt bringt das einmal hier und das andere einmal da also das ist ganz cool weil eben wenn ihr jetzt zum beispiel immer weiter fliegen wollt mit demselben flugzeug wisst ihr dann immer wo sich das befindet und dann könnte man zum beispiel sagen jetzt bin ich hier in in basel und habe jetzt von dort aus mein flugzeug und dann fliege ich jetzt von dort aus meinetwegen nach hamburg dann fliegt ihr das gute stück nach hamburg und dann bleibt es in hamburg stehen und ihr sieht dann hier aha das flugzeug kann ich fliegen von hamburg aus und so weiter und so fort also das ist eure flotte wie schon gesagt die könnt ihr dann hier auswählen alles keine pflicht aber eben wäre möglich so wenn ich jetzt hier wieder auf meine rhein rg dann seht ihr hier wie schon gesagt auch die flüge die ihr dann gemacht haben würdet praktisch mit diesem flugzeug dann würdet ihr hier den kompletten status sehen wohin ihr schon geflogen seid etc also das sind alles dinge die man hier eben einstellen kann warum ich darauf zurückkommen ist ganz einfach weil wie schon gesagt ich könnte jetzt hier einfach hingehen und könnte noch mal hier nach jetzt sagen wir mal lf sb jetzt gehen wir mal einfach nach basel basel und dann sagen wir meinetwegen auch wieder nach leber hoppala falsch rum und dann von hier aus seht ihr 526 nautische meilen 1,37 stunden und dann gehen wir einfach einmal auf weiter und dann seht ihr kann ich jetzt hier auswählen wenn ich jetzt zum beispiel sagen würde ich benutze dieses flugzeug weiß jetzt gar nicht ob er das zulässt aber hier dieses eben das ist das richtige das befindet sich gerade auf lsb lf sb und dann wie schon gesagt können wir jetzt hier nochmal einmal die komplette zeit auswählen et cetera et cetera sagen hier wieder einmal auf weiter dann seht ihr das im brief lädt das jetzt alles hier automatisch komplett hoch also auch das funktioniert reibungslos einmal kurz hochladen und schwuppidi wups da haben wir dann unseren flug plan praktisch und fix und fertig vor der nase also seht wie es geht wirklich sehr einfach und ihr müsst dann nicht erst auf sim brief danach auf das und auf das ihr kriegt durch dieses programm hier wirklich alles vor die nase geknallt und müsst euch eigentlich so gut wie überhaupt nicht drum scheren alles andere ist praktisch selbst erklärend und wie schon gesagt also ich finde es auf jeden fall richtig gut und eine gigantisch große hilfe jetzt zumindest schon mal allein bis hierher jetzt können wir mal sagen direkt fly now und dann seht ihr schon bekommen jetzt hier die winde angezeigt das ist richtig cool hier unten sehen wir jetzt die winde die direkt auf der startbahn sind ihr seht wir starten von der 15 aus hier geht es in die luft und wir kriegen den wind von rechts sechs knoten das ist dann auf jeden fall schon mal unsere anzeige wenn ich jetzt hier herangehe seht ihr schon haben wir hier den sb wie sagt man hier die verschiedenen knoten punkte morrogg bis hierhin darf ich nur maximal 220 knoten fliegen als ihr seht ihr habt alle informationen die ihr braucht die helfen euch hier auf jeden fall schon mal für eure korrekte flugart und weise dann hier auf der rechten seite sehen wir einmal noch mal hier in kurzen übersicht die parting wie schon gesagt wir starten von der 15 dann eben heading 1502 das ist der kurs und so weiter und so fort also hier sind noch mal so kleinere informationen auch hier auf unsere landebahn wir landen jetzt seht es hat sich gerade gewechselt auf der 6 also da müsste man jetzt auch noch mal schauen wie wir das jetzt ändern würden im flug es ist meter hier könnt ihr ebenfalls die artis beziehungsweise die metadaten finden einmal hier auf lfsb und dann seht ihr kriegt ihr hier schon alles komplett angezeigt dass auch hier wieder gigantische hilfe und auch hier in lepa ebenfalls alles ganz schnell angezeigt also ich werde in in zukunft sowieso viel viel mehr mit dem sim toolkit pro fliegen also werdet ihr dann vielleicht vielleicht das ganze dann auch noch mal mehr in aktion sehen top of descent wie schon gesagt hier ebenfalls noch dabei da wissen wir okay kurz nach lunik ist unser top of descent erreicht von dort geht es nach unten und jetzt im moment es ist so ausgewählt dass wir über die cdp fliegen und dann hier im jv also der klassiker und von dort einmal umdrehen und dann auf der 6 landen also auch richtig wie in echt praktisch ja so sieht das ganze aus wie schon gesagt eine gigantische hilfe ihr braucht wirklich nur noch einmal dieses tool hier benutzen und gut ist ansonsten braucht ihr gar nichts und das ist wie ich finde auf jeden fall sehr hilfreich weil ihr habt dann alles hier praktisch drauf OFP können wir hier einmal drauf gehen dann seht ihr hier schon habt ihr hier die kompletten daten vom sim brief drauf also auch hier total easy braucht ihr nicht extra einen extra rechner oder was weiß ich wie oder über euer ipad gehen einfach hier drauf und dann könnt ihr das baby hier einfach schon komplett benutzen auch gigantisch gut schließen wir das ganze wieder unser load sheet genau dasselbe da habt ihr die komplette die kompletten gewichte angezeigt unser payload 18 und so weiter ramp gewicht zero fuel weight 61 933 also könnt ihr ja alles abgleichen dann hier der fuel insgesamt block fuel 7,3 also das passt auch alles die performance et cetera cost index 5 also ne was will man mehr freunde dann das scratchpad ebenfalls hier da könnte man jetzt hier auch was eintragen wenn jetzt zum beispiel ja euer tablet hätte oder so könnt ihr dann zusätzlich eure daten eintragen da können wir jetzt hier noch mal auf flight gehen dann sagen jetzt hier zum beispiel habt ihr schon die option watsim gehen wir mal hier drauf und dann seht ihr werden jetzt hier pre flight pre-file und watsim also das könnt ihr ebenfalls verlinken und dann tut ihr euch dann schon mit watsim ja verlinken und alles dann praktisch ebenfalls übernehmen hier könnt ihr euch noch die das wetter anzeigen lassen oder die atc coverage et cetera das könnt ihr euch selbst aussuchen wie es denn für euch am besten passt ich sehe gerade im moment wird das wetter zwar nicht so angezeigt wundert mich jetzt aber gut für den moment ist es jetzt okay wie schon gesagt ab und zu das ist leider so aber eben das ist bei so einem gigantisch großen flug ja gigantisch großen programm ist das natürlich wirklich nicht so einfach da alles korrekt unter einen hut zu bringen aber eben wie schon gesagt zumindest von allein schon dem standpunkt jetzt aus ist das eine gigantische veränderung und verbesserung vor allen dingen für euch würde ich sagen gut dann hat sich das erst mal hier erledigt dann würde ich sagen direkt gehen wir ja wenn ihr fertig seid müsst ihr einmal hier auf finish flight könnt ihr hier noch ein paar notes machen und dann einfach sagen okay und dann habt ihr diesen flug hier praktisch erledigt dann seht ihr hier schon unter my logbook findet ihr dann später diesen flug den ihr gemacht habt mit sämtlichen details et cetera ich will jetzt trotzdem sagen delete log weil wir sind ja eigentlich nicht geflogen einfach rausgenommen und dann seht ihr hier die total flights wobei die sind jetzt zwar drin aber spielt keine rolle hier werdet ihr auf jeden fall eure kompletten flüge finden die ihr alle gemacht habt in der zeit davor dann gehe ich noch mal ganz kurz ein hier auf vfa das ist auch eine sehr sehr coole sache für alle die die gerne vfa fliegen und ein kleineres ein kleineres flugzeug benutzen da könnt ihr jetzt hier richtig cool ranzoomen ist wie schon gesagt ebenfalls noch in arbeit aber vom moment aus jetzt zum beispiel ist das richtig cool gemacht ihr könntet jetzt zum beispiel hingehen und sagen ich fliege jetzt hier mal von basel dann klicken die rechte maustaste einmal hier auf basel auf einmal drauf geklickt und das sagen wir die paten also wir wollen von hier losfliegen dann wo will ich hin aber ich will zum beispiel jetzt zum bodensee dann sage ich ich will zum bodensee fliege hier über fillingen zum beispiel hier rechts drauf sage fillingen overfly das will ich überfliegen dann seht ihr habe ich hier meine erste route danach friedrichshafen wieder overfly zack einmal nach friedrichshafen von dort aus fliege ich dann hier nach zürich ja wobei dubendorf ist wahrscheinlich besser overfly dubendorf da und dann wieder hier zurück nach basel und da sage ich dann arrive und dann habt ihr hier wie ihr sehen könnt eure daten alle drin und so weiter und so fort also für euren für euren vfa flug alles vorbereitet einmal ganz grob hier gezeigt aber dann seht ihr habt ihr ebenfalls die karte wie ich findet sehr sehr cool gerade für leute die eben gerne vfa fliegen was ja doch noch einige sind in der flug simulations welt ja dann würde ich sagen gehen wir wieder zurück auf unser flight plan wie schon gesagt da könnt ihr jetzt hier hingehen und sagen advanced auf der rechten seite dann könnt ihr ebenfalls sagen load from sim brief falls ihr ein sim brief flug schon habt könntet ihr das hier dann machen oder ihr ein existed habt also etwas schon was irgendwie existiert könnt ihr dann einfach rein ziehen und gut ist dann könntet ihr hier wie schon gesagt ebenfalls noch mal die kompletten daten euch praktisch noch mal komplett eingeben aber hier eben noch mal mit mehr einzelnen details und so weiter und so fort und dann wie schon gesagt ist das auf jeden fall auch eine möglichkeit für alle unter euch die das etwas mehr ja etwas mehr detail genauer wollen dann haben wir hier noch die möglichkeit und das ist auch sehr interessant für alle die die zum beispiel pmdg benutzen für den flug simulator könntet ihr rechts oben auf export gehen und dann zum beispiel sagen hier export vor fms plan file also das ganze obere anklicken dann klicken wir einmal drauf und jetzt seht ihr habt ihr hier eine liste von allen flugzeugen die jetzt so ganz grob mal sim toolkit pro abkennt und da wäre jetzt zum beispiel hier dabei suchen wir uns einmal mal hier kurz jetzt muss ich gerade selber schnell die pmdg raus wind uplink pmdg flight plan das wollen wir dann klicken wir einmal da drauf und jetzt seht ihr schon öffnet er hier eure ja euren browser bzw. euren explorer und dann könnt ihr wie schon gesagt von hier aus einfach den pfad suchen bei pmdg wäre das die pmdg file jetzt muss ich gerade selber schauen das wäre hier und dann jetzt muss ich gerade selber bewegen bmdg 800 ne ich glaube es ist bei package community und dann bmdg bmdg 737 738 da ja genau dann unter data kann das sein config flight plans there you go genau also ihr findet das nochmals unter eurer community dann eben hier pmdg da seht ihr habt es gibt verschiedene einmal die 736er 737 und 738er jetzt tue ich mal die 738er auswählen und dann einfach hier auf data quatsch auf config so rum einmal auf config und dann seht ihr hier flight plans einmal da doppelt draufklicken und dann einfach nur sagen speichern und dann könntet ihr theoretisch jetzt direkt vom vom sim brief bzw. nicht vom sim brief vom sim im pmdg wenn ihr auf euer fms geht von dort aus einfach die route eingeben bzw. den plan das wäre jetzt in dem fall lfsb und also lfsb und lepa das einfach in die co-route eingeben ist auf der linkeren oberen seite und dann einfach auf ok und dann müsst ihr ja theoretisch diesen kompletten plan für euch hochgeladen haben also das ist auf jeden fall auch eine coole sache wie schon gesagt das müsst ihr auch nur einmal machen der hat dann das natürlich gespeichert wenn ich jetzt hier wieder auf export file gehe und dann sage ich wieder hier einmal auf pmdg flight plan dann seht ihr bin ich hier schon auf meiner vorgespeicherten korrekten seite und dann hier seht ihr das müsst ihr einfach eingeben in der route also an der co-route und dann müsste dieser flugplan bei euch aufploppen funktioniert eigentlich auch ganz gut habe ich schon mehrmals gemacht von daher ja meine wärmste empfehlung dafür so was gibt es noch geiles auf diesem tool damit ist nämlich noch nicht alles getan das beste was ich nämlich finde ist das hier real airline ops da gehen wir einmal drauf und das ist ein richtig cooles ding wenn ihr jetzt zum beispiel lust habt und sagt euch ja ich hätte jetzt mal bock zum beispiel auf einen echten lufthansa flug dann geben wir jetzt hier einfach mal ein lufthansa direkt luft und dann seht ihr schon gibt es verschiedene ihr könntet euch jetzt zum beispiel die lufthansa cargo aussuchen die lufthansa city line die ganz nur so city kleinere city flüge macht oder hier die lufthansa komplett jetzt gehen wir einmal hin und sagen ich will die lufthansa da seht ihr hier hat es 1870 ruten drin und die selektieren wir jetzt gibt dem program ein bisschen zeit denn wie schon gesagt das ist nicht einfach jetzt ist er zwar ziemlich schnell gutes vorspiel ja gutes beispiel aber es kann sein jetzt zum beispiel bei ryanair da geht das nochmal ein gutes stück länger weil das sind so dermaßen viele routen also gebt dem ein bisschen zeit wie schon gesagt der muss das ganze erst runterladen so jetzt habt ihr hier auf jeden fall alle routen und das sollte wirklich alles stimmen die in echt geflogen werden von lufthansa jetzt könntet ihr zum beispiel sagen was will ich denn überhaupt hier oben rechts kann ich sagen die flugzeit kann ich eingeben da sagen wir mal ich will maximal einen 2 stunden flug danach könntet ihr zum beispiel auch schon hier sagen ihr wollt nur ein spezielles flugzeug fliegen jetzt mache ich aber nur mal zwei stunden flug und sage search und dann seht ihr wird das ganze auf jeden fall schon mal ein gutes stück kleiner dann scrollen wir hier mal ran und dann sehen wir hier sämtliche ja sämtliche routen einmal hier frankfurt sieht man schon ein bisschen grob und hier einmal münchen jetzt sagen wir hier wir fliegen einmal von frankfurt wir fliegen einmal von frankfurt hier entlang ja jetzt könntet ihr auf jeden fall hier schon mal filtern und könnt ihr zum beispiel sagen wir wollen nur flüge von eddf und dann tun wir das hier searchen und dann seht ihr habt ihr alle flüge von eddf angezeigt und wenn ihr jetzt hier schaut und jetzt hier euch zum beispiel einen flug ausgesucht habt jetzt nehmen wir den hier zum beispiel eddf nach eddg 20 minuten ist das ganze da seht ihr das mit der crj wird die geflogen dann gibt es hier von nach hamburg ebenfalls eine 321er also da seht ihr hier welche flugzeuge insgesamt fliegen also eine A2 also nicht eine 320er sondern eine 220er dann eine A319 A320X also eben Neo oder eine 321 also die fliegen alle dorthin eben da könnt ihr euch hier wie schon gesagt aussuchen welcher flug hier euch am meisten interessiert hier geht es zum beispiel eine stunde da geht nach Zagreb eine stunde und drei den könnt ihr jetzt zum beispiel euch aussuchen da sagt ihr einfach direkt einmal auf fly dann könnt ihr hier aussuchen wollt ihr hin oder zurückfliegen und sagen wir wollen hinfliegen und dann seht ihr habt ihr hier alle daten schon drin dann könnt ihr wie schon gesagt einfach anfangen und nochmal alles anschauen hier haben wir wie schon gesagt den startflughafen dann eben Zagreb als airport dann hier nochmal unser call sign dann hier ebenfalls die flugnummer fd und dann je nachdem was ihr gerne würdet jetzt machen wir mal 854 danach wieder 19. November dann die Zuluzeit und so weiter und so fort flight plan lassen wir bei default units wie schon gesagt kilogramm ist wichtig und jetzt kommen wir hier auf jeden fall zu der aircraft da müsst ihr dann eben ein Flugzeug aussuchen was ihr an eurer flotte habt da machen wir jetzt DLH weil ich gerade schon eins drin habe und dann suche ich hier eins aus 855 zum beispiel dann seht ihr sagt ihr mir hier die location ist EDDF EDDF das passt alles wunderbar und dann kann ich einfach hingehen und sagen generate flight plan jetzt dauert es wieder ein bisschen einmal wieder simbrief und dann wird der Naflog hochgeladen wir warten einmal kurz bis alles da ist und dann sollte der Flug da sein einmal hochladen ohala und dann sehen wir also auch schon den Flug hier einmal komplett zum nachfliegen einmal hier nach unten dann wie schon gesagt Rostdorf, Stuttgart einmal quer runter und dann eben hier komplett Richtung ja Zagreb und dann von Zagreb aus beziehungsweise in der Nähe von Zagreb werden wir dann hier einmal so 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 und landen also das ist auf jeden Fall der Flugplan Fly Now einmal klicken und dann wie schon gesagt geht das los wie vorhin hier könnt ihr nochmal falls ihr was ändern möchtet das Ganze nochmal ändern oder eben hier rechts oben nochmal exportieren zum Beispiel an euren PMDG so einfach ist das Freunde und dann wie schon gesagt haben wir die Real Airline Ops also wie schon gesagt kann ich wärmstens empfehlen ist eine coole Sache wenn ihr eben mal Bock habt einen echten Flugplan nachzufliegen dann könntet ihr hier einfach nur das Ganze nachfliegen drastisch ja ansonsten soweit ich weiß gibt es da nicht mehr allzu viel zu sehen wir könnten hier nochmal eins machen wir noch auf Live Map da gehen wir hier einmal kurz drauf dann könntet ihr euch seht ihr hier ich mache einmal das kurz weg seht ihr hier das Ganze in blau blau bedeutet das sind alle Leute die SIM Toolkit Pro benutzen und die befinden sich jetzt hier gerade im Flug hier seht ihr auch schon die kompletten Wetterdaten die sind hier ebenfalls mit drin auch sehr cool gemacht und dann eben wenn euch was interessiert oder euch ein Flieger interessiert einmal draufklicken und dann sollte er von der Theorie her auch den Flug hochladen hier rechts unten seht ihr wer das fliegt mit was für einem Flugzeug etc der hat nicht allzu viel angegeben aber jetzt hier zum Beispiel da haben wir einen A310 also ihr seht die A310 wird übrigens noch ganz schön geflogen EGAA nach LSZH hier da haben wir zum Beispiel den nächsten und so weiter also das könnt ihr euch ebenfalls anzeigen lassen und hier rechts oben könnten wir zum Beispiel noch hingehen und sagen wir würden gerne alle Watz im Flüge sehen die sind dann hier ebenfalls drin und wie schon gesagt das Wetter wird euch hier auch angezeigt auch sehr cool gemacht dann wisst ihr hier zum Beispiel kommt eine Sturmfront auf euch zu auch sehr cool und dann hier wie schon gesagt ebenfalls Pilot Edge Controls könnt ihr euch anzeigen lassen hier nochmal die Follow Me oder eben Auto Zoom oder hier in den Options könnt ihr selber dann noch eure Farben so wie ihr das gerne hättet euch anzeigen lassen zum Beispiel alle die X-Plane fliegen sehen so aus oder eben wie schon gesagt alle die Prepared oder MSFS die sind dann grün angezeigt aber eben hier oder eure Freunde dann nochmal speziell oder 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 ja Freunde so viel dazu ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was davon zeigen wie schon gesagt nach wie vor das ist eines der besten wenn nicht sogar das beste Tool überhaupt ich sage nach wie vor das wird euch definitiv wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt sehr viel Zeit abnehmen und insgesamt euch den Flug nochmal um ein gutes Stück erleichtern also von mir nach wie vor meine wärmste Empfehlung nicht vergessen wenn ihr da noch mehr sehen wollt oder vielleicht eher noch ein bisschen mehr ins Detail gehen wollt es gibt wie schon gesagt das Ganze verlinkt zum Beispiel mit Watsim da kann man das Ganze nochmal ein bisschen vereinfachen aber ich denke die meisten die Watsim fliegen werden dieses Programm hier garantiert auch benutzen von daher ist das meiste wahrscheinlich selbsterklärend aber wenn ihr das natürlich wissen wollt gerne runter in die Kommentare schreibt mir das oder eben kommt auf den Discord und dann können wir dort darüber quasseln ansonsten wie schon gesagt wenn euch das Video gefallen hat gerne ein Like hinterlassen und falls ihr es noch nicht haben solltet ein Abo damit unterstützt ihr mich und zeigt mir dass euch mein Content gefällt und damit Freunde haben wir es geschafft für heute ich wünsche euch nach wie vor einen wunderschönen Sonntag und ein wunderschönes folgendes beziehungsweise restliches Wochenende und ja wir sehen uns aller spätestens nächsten Mittwoch wieder mal zu unserem Stream und bis dahin immer schön brav weiterfliegen vielen Dank fürs Zuschauen bis dann euer Blade Runner bis dann 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 bis dann